So, hier habe ich es nicht angekündigt, aber ich mache es trotzdem, weil es mir so gut gefallen hat. Wir spielen Far Loan Sales einfach mal weiter. Wir haben eine gewisse Zeit im Stream gespielt. Das habt ihr jetzt auch schon gesehen, als erste Folge. Und wir spielen jetzt weiter. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gemacht habe. Ich weiß auch nicht mehr so genau, wie es geht. Aber es scheint zu funktionieren. Da hoch, da hoch. So. Das noch. Die Segel bringen nun mit nicht so viel. Aber... Okay, mal schauen, wie es weitergeht. Ah, wunderschön. Und weiter geht's. Ups. Na ja, gut. Okay. Okay. Dann kommen wir hier raus. Oh, da ist Feuer, glaube ich. Ähm, warte. Oh, oh. Wo... Wo drin's denn? Wo drin's denn? Nein. Wo ist denn... Ah, wo ist Feuerchen? Hier. Okay. Okay. Hm. Wir schnappen uns erstmal die Folie. Torett, die wir hinten haben. Hallo. Ach so. Wieso sind die Segel gerade runter? Na ja. Okay. Oh, bisschen Kraftstoff ist nie verkehrt. Schubs, schubs, schubs. Oh, das lohnt sich richtig. Das machen wir gleich als nächstes. So. La la la. Oh. Fui, fuui, dumm. Schub. Hm. So, jetzt müssen wir da hoch. Was ist das? Kommen wir da irgendwo hin? Ah ja. Ich fülle aber näher ran. So. Dö, 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 dö. Nein. Nein. Es ist zu weit. So. Hm. Das ist die Frage. Ähm, okay. Nein. Ach, der ist im Kopf. Ach, der ist im Kopf. Ich muss den roten Knopf nehmen. Ich muss den roten Knopf drücken, klar, wie immer. Das ist ein anderer Sender. Ah. Okay. Oh, das hat... Nein. Das Radio will ich aber haben. Na toll. Ähm. Ähm. Das ist nicht viel, aber in fünf Minuten. So. So. Und weiter geht's. Jawollo. Oh, das ist so schön. Und vorspeed. Und vorspeed. Er speichert, glaube ich. Ich glaube, viel falsch machen, außer Sachen nicht löschen kann man nicht. Da ist ein Wind. Irgendwann lass uns den mal rausgehen. Fällt's denn immer noch? Das wird immer noch. Okay. Dann sparen wir doch erstmal Sprit. Sollte man sowieso. Müssen wir da hoch? Nee. Okay. Jetzt haben diese Körper kleine Zs drauf. Das ist heutzutage natürlich eher unangenehm. Ja. Das ist Zeichen für Russland-treues Kriegsgerät. Wobei, wenn jetzt das Video rauskommt, weiß ich natürlich nicht, wie es da aussieht. Ja. Aber im Moment, wenn ich das aufnehme, ist der Russland in der Ukraine-Krieg. Ja. Noch voll am Laufen. So. Okay. Macht ihr bitte Platz. Danke. Ich möchte nicht bremsen müssen. Da steht Zeugs. Das heißt, es geht gleich nicht mehr weiter und ich muss zurück rennen. Nein, heißt es nicht. Okay. Da wir ja noch ein bisschen was haben. Momentan ja mit Wind-Danger-Geish-Fahren-Fahren-Fahren-Fahr. Ja. Na komm, da schaust du. Jo. Okay. Und jetzt und jetzt und jetzt. Ja, wann geht es denn das nächste Mal wieder nicht weiter? The Blue Isle. A fresh start. Oh Gott. Aber das wird es ja noch nicht sein, ne? Dann wäre das Spiel wirklich sehr, sehr kurz. Ich glaube, es ist auch nicht so furchtbar lang, aber schon so ein bisschen. Ah. Ne. Geht, geht, geht. Ja. Die Segel, die machen es im Moment noch ganz gut. Oh oh. Pratsch. Okay, darf. So, jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wo es denn wahrscheinlich nicht weitergeht. Oh. 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 Ist das was kaputt? Yep. Okay. So, und jetzt haben wir wieder das gleiche. Wie immer. Erstmal. Erstmal. Das da schnappen. Und an den, ach komm, an den unteren Haken hängen. So, dann kommen wir hier rein. Nein. Das da sieht aber auch nicht aus, als könnten wir da hoch, oder? Ähm. Nein. 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 Sollen wir mal ein bisschen weiter nach hinten gehen? War da irgendwas, was ich übersehen habe? Leider sehe ich da keine. Ja, komm. Nicht so weit weg. Können wir das da irgendwie aufheben? Nö. Also da ist nichts. Ne, wäre auch ein bisschen seltsam. Aber wie komme ich da hoch? Weil hoch muss ich. Oder muss ich runter? Warte. Ah, bin doof. Ich bin doof. Diesmal ist der rote Knopf woanders. So. Danke. Oh. Oh. Na, das ist normal. Ich wusste doch irgendwie geht's. Dann hab ich's gesehen. Und wir gehen hoch. Und suchen den roten Knopf. Was? Ah. 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 Oh, wie geil. Ist das geil oder ist das geil? Hey. Die Gießkarte. Ich glaub sogar nicht. Ich glaub sogar nicht. Warste schon. Oh. Hm? Gehen wir natürlich noch genug Zeugs mitnehmen. Da oben ist aber noch was, das interessiert mich. Und wir haben jetzt ab sofort Doodle-Musik. I love Doodle-Musik. Nein, da kommen wir noch nicht hoch. Ah, ja, ich sehe es. 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 So. Ah, da haben wir was Neues. Was ist denn das? Upsi. Was tut es? Ich habe keine Ahnung, was es tut. Ach, das sammelt. Das sammelt Treibstoff. Oh, ich bin so glücklich. Das sehen wir genau jetzt. Genau jetzt sammelt er das auf. Oh, ist das toll. Warte. Ne, machen wir nicht mehr. Oh, schon ist frei. Ich sehe gerade was. Ja, komm. Oh, sieh. Oh, sieh. Oh, sieh. Oh, sieh. Oh, sieh.